Herr Kircher, Ihr 14-Uhr-Termin mit Herrn Müller. Er wartet bereits. Danke, ich bin schon auf dem Weg. Ordneretikett von Herma gibt es permanent haftend und wieder ablösbar. So können wir unsere Ordner immer wieder verwenden und neu gestalten. Außerdem sind sie absolut blickdicht, sodass alte Beschriftungen nicht durchscheinen. Herr Kircher, können Sie das noch kurz unterschreiben? Hatte ich ganz vergessen. Ja, klar. Dankeschön. So, bitteschön. Danke. Wie gesagt, mit Hermetiketten habe ich alles im Griff. Hallo, Herr Müller. Untertitelung des ZDF, 2020